Hey, mein Name ist Isabella. Ein paar Tipps, wie du die Akustik in deinem Wohnzimmer verbessern kannst. Musik oder Gespräche in einem Raum ohne Textilien tönen oft schroff und erzeugen Hall. Die Lösung sind polsterte Möbel, weiche Textilien wie Küsse, verschiedene Lagen von Vorhänge und Teppich mit dichtem und dickem Floor. Diese absorbieren und dämmen Geräusche und schaffen eine ausgeglichene Akustik. Schauen wir mal die orangene Küsse. Und die dicken Vorhänge helfen nicht nur die Akustik in deinem Wohnraum zu verbessern, sondern reduzieren ausserdem auch allfällige Aussengeräusche.